Du solltest über mich schreiben. Tust du das? Ich schreibe über das, was ich kenne. Kennst du mich denn? Es soll um einen Mann gehen, der nur durch die Figuren, die er erschafft, Gefühle erwecken kann. Dabei versucht er ständig, ein anderer zu sein. Ist sie da? Nein. Tut mir leid, dass ich sie anstarre, aber ich kann nicht anders. Wir müssen den Richter überzeugen, dass sie stabil genug sind, wieder Besuchsrecht zu bekommen. Was willst du, Julia? Ich muss ihn berühren können, er ist mein Sohn. Gib mir deine Hand. Sag das nicht, das ist der dieser Arbeit. Pass mal auf. Du musst dir klar machen, was du getan hast und dir bewusst werden, was du vergessen willst. Und du musst mir die Wahrheit sagen. Willst du mir helfen? Keine Fragen. Sag's mir. Wie oft hat sie erwähnt, dass sie dir zeigen will, wie gut sie schwimmt. Sie wollte immer nur deine Aufmerksamkeit. Du hättest ihr doch nur mal zusehen müssen, doch nicht mal das konntest du. Das werde ich mir niemals verzeihen. Komm nach Hause. Bitte. Du bittest? Komm mit mir mit. Wohin? Egal wohin. Du wirst ihn niemals wiedersehen. Nein, du hast gesagt... Lass hier! Nein, nein! Du fühlst tatsächlich überhaupt nichts, oder? Du liebst die Liebe, doch für die Menschen hast du keine Zeit. Und du, du hast es Angst. Du wirst nächst. Du hast es Angst. Du hast es Angst.